Immer der, der oben steht, auf der Erfolgsleiter, kann die unter sich sehr gut kontrollieren. Es gäbe also nur eine Möglichkeit, man müsste einen neuen Weg finden. Und das ist einer Österreicherin gelungen. Sie hat wahrscheinlich einfach die andere Seite beschritten. Und zwar ist das die Steffi. Die Steffi fuhr in die Vereinigten Staaten, hat dort als Serviererin gearbeitet und während dieser Zeit immer wieder mit Jazzbands gesungen. Und wie sie zurückkam nach Österreich, hat sie der Dr. Erich Kleinschust einmal gehört und dann mit der ORF Big Band im Rundfunk eine Produktion gemacht. Und was dieses Mädchen zu bieten hat, geht also wirklich weit über das, was wir jetzt normalerweise hier an Nachwuchs erlebt haben. Hören Sie sich das an, schauen Sie sich das an, wie dieses Mädel verkauft die Steffi mit Compared to what. I'm hanging on to push the joy, cause as it is a motivation that is hanging up, the goddamn nation looks like we always end up in a rock. Everybody now, trying to make it real compared to what. A lot of houses are filling hoes Twisted children are killing folks Poor dumb rednecks throwing rose Tiled old ladies are kissing dogs I hate that doom and low about sinking right I can't stand it Trying to make it real compared to what. Come on baby now Woo Woo Yeah Yeah Musik 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 Ein verdienter Applaus für Stefanie aus Österreich, compared to what, eine ganz neue Produktion, gespielt von der ORF Big Band, gesungen von Stefanie.